Der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinedecke. Ziehen Sie eine der Masken ganz zu sicher runter, um den Sauerstofffluss zu starten. Drücken Sie sie dann auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Danach helfen Sie Kinder und Personen, die Hilfe benötigen. In the unlike event of a loss of cabin pressure, Oxygenmask will automatically drop from the panel above you. Pull the mask down for you to start the flow of Oxygen. Cover your mouth and nose with the mask and secure it by pulling the elastic strap over your head. Then help any children that require assistance. Bitte werfen Sie einen Blick in die Informationskarte mit allen sichern Hinweisen, die sich in Ihrer Asitztasche befindet. Im Falle einer Notlandung könnten Sie aufgefordert werden, eine Schutzhaltung einzubinden. Diese Haltung ist auch in den Sicherheitshinreisen abgebildet. Regen Sie sich besonders die Lage der Notausgänger ein. Sie sind mit dem Wort Nix ins Gegenteil zeichnet. Leuchtstreifen im Boden zeigen Ihnen den Weg dort hin. Bitte wachen Sie, dass sich der nächstgelegene Notausgang auch hinter Ihnen befinden kann. Bei einer Evakuierung lassen Sie bitte Ihre Gepäckstücke zurück. Gepäckstücke. Gepäckstücke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin nicht auf eine Beobachtung. www.feyyaz.de Ich bin jetzt ein »Marsch – Das kann man auch mal. Das kann man auch mal mehr. Es ist nicht mehr. Es ist nicht mehr. Es ist mehr als alle. Da haben wir noch mehr. Ich bin selber, ich habe immer noch eine Fahrt. Da habe ich mir wieder versucht, es hat ein Fahrzeug in der Maschine und erneut. Das ist so, dass sie mit dem Fahrrad fahren können. Warum haben sie so groß? Die Fahrrad fahren viel. Die Fahrrad fahren mit dem Fahrrad fahren. 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 Daher fahren wir noch nicht. Das ist jetzt noch mal, ich bin aus dem Fahrrad fahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF 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 Die Stadt der Stadt Das ist eine große Herausforderung. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Die Strecke ist in der Nähe des Barschens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schöne Norddeutscher Rundfunk Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2021 Rundfunk Nach dem Sie bitte dann auch, dass keine Geschwindigkeit ausfläche. Es ist nur so, dass die Träume nicht möglich ist. Es kann nur an der Zeit passieren, dass Sie die Seatbeld aufwachen. Sie werden dann auch die Seatbeld aufwachen. Wenn Sie die Seatbeld aufwachen, dann muss es auch an der Zeit sein. Das ist in der Interesse Ihrer eigenen Sicherheit. Und es ist auch an der Zeit, wenn die Seatbeld-Signen sind. Wenn Sie eine Überhebung durchführen, bitte um den E-Band zu verhören. Die E-Band-Signalen sind nicht mehr geholfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.